Ja, dann möchte ich Sie nochmal ganz herzlich willkommen heißen zum Webinar zu Azure Migration. Hier sozusagen der zweite Teil der Azure Webinar-Serie der Software One. Mein Name ist Heiko Hertes, ich bin Azure Cloud-Architekt bei der Software One und eben in diesem Zusammenhang für das Thema Azure und da im Vorrang für die Beratung und Betreuung unserer Kunden, die entweder bereits Azure nutzen oder vorhaben Azure künftig nutzen zu wollen, zuständig. Ich befasse mich mit der Thematik schon einige Jahre, habe vorher ein Unternehmen IT-seitig unterstützt, habe dort die IT-Abteilung geleitet und habe dort im Prinzip auch die gesamte Migration von faktisch keiner Cloud-Nutzung hin zu sehr viel Cloud-Nutzung dort begleitet und verantwortet. Ja, worum soll es heute gehen? Es soll heute also gehen um Azure Migration und Azure Migrate. Zwei Dinge, die sehr eng miteinander zu tun haben und dann doch wieder so ein bisschen unterschiedlich sind. Das erläutere ich dann auch gleich nochmal. Ich habe hier mal die Agenda für heute aufgelegt, die entspricht im Wesentlichen der Agenda, die Sie auch bei der Anmeldung gesehen haben. Ich werde am Anfang ein bisschen was zu Azure Migrate allgemein sagen. Dann werde ich auf das Azure Migration Programm eingehen, das AMP. Dann werden wir uns mal genauer die Bestandteile von Azure Migrate, nämlich Assessment und Migration anschauen. Ich werde das erläutern, was da so grundsätzlich möglich ist, was man damit tut, wie man damit vorgeht. Ich werde dann im vierten Punkt in einer Live-Demo einfach mal ein Gefühl vermitteln, wie Azure Migrate so funktioniert, wie man damit umgeht, was ich da für Möglichkeiten habe, dass man einfach mal so ein bisschen hands-on, sage ich mal, auch an das Thema herankommt. Und dann haben wir als letztes nochmal so ein bisschen Further Steps. Was kommt denn, wenn ich sozusagen mit so einer Migration in die Cloud gehe? Was kommt denn nach der eigentlichen Migration noch so an weiteren Schritten? Was muss ich sozusagen vornherein auch immer schon mit im Blick haben? Ja, Azure Migrate, was ist das jetzt? Zunächst einmal ist Azure Migrate eine Plattform und zwar eine recht gut standardisierte Plattform, auf der es auch möglich ist, mit einer recht großen Zahl von Tools zu arbeiten. Und diese Tools müssen nicht von Microsoft kommen. Microsoft bietet mir natürlich hier auch passende Tools auf dieser Plattform an, aber ich kann mich hier auch bei Tools von Drittanbietern bedienen. Und ich habe hier einfach mal so ein paar bekannter herausgegriffen, wie Mover oder Cloudamice. Das heißt, ich kann also auf dieser Azure Migrate Plattform mit den Tools von Mover oder von Cloudamice eben arbeiten und da eben das, was die jeweiligen Tools mir anbieten können, aus einer zentralisierten Plattform heraus durchführen. Diese Plattform bietet mir einerseits die Möglichkeit, meine bereits existenten Systeme, die im Regelfall on-premise existieren, die könnten aber zum Beispiel auch bei einem anderen Cloudanbieter existieren, zu inventarisieren und zu analysieren, damit ein sogenanntes Assessment durchzuführen. Dieses Assessment dient mir dann dazu, verschiedene Fragestellungen zu beantworten. Da komme ich dann gleich nochmal im Datei drauf zu sprechen. Und wir können über diese Plattformen die Replikation und Migration durchführen. Vielleicht nur kurz, ich gehe dann später nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Replikation bedeutet, ich bringe die Bits, die zu einer VM oder zu einem Blechserver, der bei mir on-premise steht, gehören, in die Cloud. Das heißt, ich schubse erstmal nur die Daten, die zu einer VM gehören, nach oben. Und die Migration ist dann im Prinzip der Schritt, wo ich aus diesen Bits eine echte VM in der Cloud mache und von dem on-prem-Betrieb auf den Cloud-Betrieb im Prinzip umschalte. Azure Migrate ist in der Lage, das Ganze einmal für VMs, beziehungsweise wie gesagt auch Blechserver durchzuführen. Das Ganze geht auch für Datenbanken, das geht für Web-Applikationen und das geht für Daten, also Files, klassische Datenbestände, die auf irgendeinem Server liegen. Das wird auch stets und ständig ausgebaut, das heißt, es ist durchaus denkbar, dass wenn Sie sich das Thema in einem Jahr nochmal anschauen, dass dann vielleicht neue Formen der Migration hier möglich sind, die heute noch nicht möglich sind. Zunächst ist Azure Migrate kostenlos. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, der das Tool so interessant macht. Ich kann also quasi hier vorab mit Azure Migrate arbeiten, ohne damit schon Kosten zu erzeugen. Und das ist vor allem dann interessant, wenn ich mich überhaupt erstmal mit der Frage beschäftige, kann ich denn überhaupt, vor allem aus monetären Gründen, in die Cloud gehen? Oder kann ich aus technischen Gründen überhaupt in die Cloud gehen, mich also noch gar nicht festgelegt habe? Denn, das werden wir dann beim Assessment sehen, Azure Migrate ist eben in der Lage, mir einerseits die Kosten, die mit dem Gang in die Cloud verbunden sein werden, aufzuzeigen und andererseits aber auch technisch mir aufzuzeigen, ob meine bestehenden Workloads cloudkompatibel sind. Wenn ich allerdings eines der Third-Party-Tools benutze oder Mover, Mover ist mittlerweile ein Microsoft-Tool, also man hat das gekauft, aber es ist trotzdem separat kosten- und lizenzpflichtig, dann muss ich für diese eine separate Lizenz erwerben und dafür würde man auch bezahlen. Es gibt dort im Regelfall freie Testversionen für 30 oder 90 Tage und ich kann auf die Microsoft-eigenen Tools zurückgreifen, die im Prinzip vom Funktionsempfang, ja, ich sage jetzt mal alles können, was man so braucht. Ich werde auch heute in den Demos ausschließlich diese Microsoft-Tools zeigen. Die sind kostenlos, das heißt, für die brauche ich keine separate Lizenz. Ich bezahle dann lediglich, wenn ich mit diesem Azure Migrate arbeite und die Microsoft-eigenen Tools benutze, für den belegten Speicherplatz beispielsweise und für die Transaktionen, die hier passieren. Also das heißt, sobald ich beginne, tatsächlich Daten in die Cloud zu schieben oder dann eben sogar mittels Azure Migrate VMs zu generieren, dann bezahle ich dafür natürlich. Aber für Azure Migrate selbst und insbesondere für das Assessment zahle ich da eben am Anfang erstmal nichts. Ich sagte gerade am Anfang erstmal nichts, das war auch recht bewusst so gesagt, denn wenn man einzelne Teile benutzt, dann werden die irgendwann kostenpflichtig. Es gibt eine Funktionalität, die zeige ich dann auch, die nennt sich Dependency Visualization bzw. Dependency Analysis. Dabei kann ich die Abhängigkeiten zwischen bestehenden Systemen analysieren und visualisieren. Die ist nur für 180 Tage kostenfrei. Danach zahle ich für den Log Analytics Workspace, der da unten drunter liegt und in dem die Daten, die da notwendig sind, erhoben und gespeichert werden. Also ich habe mal die ersten 180 Tage frei. Danach würde das Geld kosten. Und es ist auch so, dass wenn ich VMs über Azure Migrate repliziere, dann ist das für die ersten 180 Tage für die Replikation selbst kostenfrei. Ich zahle dann nur für den belegten Speicherplatz. Nach 180 Tagen würde ich allerdings pro Maschine und Monat etwa 21 Euro bezahlen. Das hat damit zu tun, dass Azure Migrate alternativ auch für die Abbildung von Desaster-Recovery-Szenarien denkbar wäre, weil ich ja über die Replikation von VMs in die Cloud auch dem vorbeugen kann, dass es bei mir zum Beispiel vor Ort in dem On-Premise-Data-Center zu einem Desaster kommt, Brandkatastrophe oder sowas in der Form, und ich dann in der Cloud einfach die VM einschalten kann. Da es allerdings auch einen kostenpflichtigen Service von Azure gibt, der das auch tut und der das auch kann, will man hier natürlich einfach vermeiden, dass Kunden über diesen Umweg sozusagen auf diese freie Lösung das Bezahlen umgehen sozusagen. Deswegen 180 Tage ist das frei. Nach 180 Tagen würde man dann eben hier für die Replikation Geld bezahlen. Da es sich also hier im Prinzip um einen freien Service handelt, gibt es darauf auch kein SLA. Das sollte man noch vielleicht wissen. Es ist ja so, dass Microsoft mir auf die meisten Azure-Services einen SLA gewährt. Der ist sehr unterschiedlich. Der kann bei den etwas höher entwickelten Services sehr, sehr viele Neunen nach dem Komma mit sich bringen. Also es gibt Services mit 11,9 und dergleichen. Es gibt andere Services, die sind nur 99,9 oder 99,5. Aber im Prinzip ist es fast immer so, wenn ich für den Service zahle, dann habe ich auch ein SLA dahinter. Da aber wie gesagt Azure Migrate im Grunde kostenlos ist, gibt es dafür kein SLA. Das ist erstmal so ein kurzer Überblick Azure Migrate. Das ist wie gesagt eher eine technische Plattform, also ein Tooling, ein Werkzeugkasten. Es gibt dann von Microsoft das Azure Migration Program, auch AMP oder AMP genannt. Dieses Azure Migration Program ist ein von Microsoft aufgesetztes Programm, was mich bei der Migration unterstützt, was hier und da auch auf das Tooling, Azure Migration oder Azure Migrate zurückgreift. Aber deutlich mehr noch drumherum sozusagen hat. Wir haben hier einmal in diesem Programm eine, ja, als gut, als gängig bestätigte Herangehensweise, nämlich das sogenannte Cloud Adoption Framework. Cloud Adoption Framework ist im Prinzip eine Begrifflichkeit, die wir im Cloud-Umfeld seit einigen Monaten, wenn nicht sogar seit einigen Jahren, relativ viel im Internet so finden. Auch jeder Cloud-Anbieter hat mittlerweile sein eigenes Cloud Adoption Framework. Und dieses Framework beschreibt einfach in kleinen Portionen sozusagen, wie ich eben so eine Adoption der Cloud eben durchführen kann. Also wie ich das Einführen von Cloud für mich als Unternehmen oder als Behörde sinnvoll angehe, mit einzelnen Schritten, was ist da in der Planungsphase zu tun, was ist da in der Architekturphase zu tun und so weiter. Also das wird da im Prinzip beschrieben. Dann ganz wesentlich, im AMP gibt es die Möglichkeit, dass ich auf Gelder von Microsoft zurückgreifen kann. Wenn ich mich für das AMP-Programm qualifiziere, da gibt es ein paar Bedingungen, die ich erfüllen muss. Wenn ich mich dafür qualifiziere und Microsoft sozusagen das auch als valide anerkennt, dann bekomme ich finanzielle Unterstützung von Microsoft. Die kann, kann, das ist ganz wichtig, es gibt keinen Anspruch drauf. Die kann in zwei Formen erfolgen. Die Variante 1 ist die, sagen wir mal, Gängegäre. Da stellt Microsoft einem Partner, denn dieses AMP kann ich im Prinzip nur über einen Partner abwickeln lassen. Microsoft stellt einem Partner, der dafür entsprechend auch zertifiziert sein muss. Das heißt, wer wollen wäre, ein soll möglicher Partner für dieses AMP. Gelder zur Verfügung. Und diese Gelder, die der Partner zur Verfügung gestellt bekommen hat, die kann der Partner eben nutzen, um dem Kunden, der das AMP-Programm sozusagen für sich beantragt hat, zu beraten, zu unterstützen, Migration zu begleiten, Migration durchzuführen, was auch immer. Also da gibt es gewisse Meilensteine, die Microsoft definiert hat. An die ist sozusagen auch die Ausschüttung der Gelder gekoppelt. Und die muss man dann also gemeinsam beschreiten. Und dann bekommt man da entsprechend Geld von Microsoft an die Hand, mit dem man sich eben entsprechend unterstützen lassen kann. Die zweite Ausprägung, wie man Geld bekommen kann, das ist allerdings die, die seltener vorkommt, gibt es aber auch und ist auch grundsätzlich möglich, ist in Form von Azure Credits. Das heißt also, dass mir Microsoft für meine Azure-Umgebung einfach ein Freikontingent zur Verfügung stellt, wo ich quasi dann meine ersten Schritte in Azure gehen kann, ohne dass ich dafür schon bezahlen muss. Also da kann ich dann eben Services in Azure benutzen und die laufen dann gegen dieses Freikontingent, bis es aufgebraucht ist. Und danach muss ich natürlich dann klassisch weiter bezahlen. Wir haben technische Skills, die kommen im Prinzip aus zwei Richtungen. Die kommen einmal aus Richtung Microsoft selbst und die kommen auch aus der Richtung des Partners. Wie gesagt, der Partner muss sich dafür entsprechend durch Zertifizierungen und Co. auch qualifizieren und ist dann entsprechend in der Lage, den Kunden für diese Migration entsprechend zu unterstützen. Wir bekommen das freie Werkzeug Azure Migrate als Teil vom AMP. Wir bekommen den Zugriff auf die Fast-Track-for-Azure-Engineers. Das sind im Prinzip Spezialisten bei Microsoft, die einerseits eben technisch versiert sind und andererseits aber eben auch mit dem Thema, wie kommt der Kunde für ihn möglichst unkompliziert und schnell zur Cloud. Diese Experten, die kann ich im Prinzip kontaktieren. Die vereinbaren auch mit mir regelmäßig Calls, auch gerade dann auch für diese Meilensteine und dann schauen die mit mir gemeinsam eben zum Beispiel auf meine sogenannte Landing Zone drauf und geben mir Hinweise, was ich danach verbessern kann und so. Also es ist eine klassische technische Beratungsunterstützung, die mir Microsoft an die Hand gibt. Und wie gesagt, ich bekomme die Hilfe von spezialisierten Partnern, die da mich im Prinzip auf dem gesamten Weg unterstützen können und die mich dann auch, sobald das AMP-Programm im Prinzip endet, einerseits endet ja irgendwann das Geld, das ich bekomme und andererseits endet ja auch irgendwann die Unterstützung, die ich hier bekomme, die mich dann auch weiterhin begleiten können. Ja, ich hatte vorhin gesagt, Cloud-Adoption-Framework ist ein Teil des Ganzen. Dieses Cloud-Adoption-Framework, das ist im Prinzip auch immer der sozusagen Hintergedanke, den man behalten muss, wenn man mit AMP arbeiten muss. Man muss sich da so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal dran halten, weil Microsoft das als den idealen Weg ansieht, eben in die Cloud zu kommen. Und wenn ich da zu sehr von abweiche, dann werde ich mich wahrscheinlich nicht für AMP qualifizieren. Das heißt, ich brauche halt eben am Anfang zum Beispiel eine Strategie. Für Microsoft muss das klar sein, warum geht der Kunde in die Cloud, was will er damit erreichen? Und ich sage es auch aus der eigenen Erfahrung mit Kunden, es ist auch für mich als Kunde immens wichtig, eine Cloud-Strategie zu haben. Wenn ich keine Cloud-Strategie habe, habe ich einerseits oftmals das Problem, dass ich gewisse Entscheidungen nicht treffen kann, weil mir einfach die Entscheidungsgrundlage fehlt. oder ich für Entscheidungen jedes Mal große Runden drehen muss. Wenn ich eine klassische oder eine ideale Cloud-Strategie habe, kann auch der einzelne Administrator oder IT-Leiter oder welcher Stakeholder hier auch immer involviert ist, kann entsprechende Entscheidungen treffen im Sinne des Unternehmens, weil er eben die Cloud-Strategie kennt. Und die Cloud-Strategie ist auch oftmals die Erklärung oder man könnte auch sagen die Entschuldigung, warum man bestimmte Dinge so getan hat, wie man sie tut, weil sie eben dann auf der jeweiligen Cloud-Strategie sozusagen basieren. So, dann wird es eine Planungsphase geben müssen. Da unterstützt mich Microsoft auch, da unterstützt mich auch der Partner. Das heißt, da geht es eben dann genau um diese Themen Discovery, Assessment, was habe ich für Systeme, was davon kann überhaupt in die Cloud, unter welchen Gegebenheiten kann das in die Cloud. Da sprechen wir dann gleich nochmal drüber, wenn es dann um das Assessment geht. Natürlich muss ich Business Cases darstellen, ich muss halt erklären, was will ich mit der Cloud konkret tun, welche Themen will ich in der Cloud abbilden und ich werde auch einen Migrationsplan brauchen, was geht wann unter welchen Gegebenheiten eben in die Cloud. Ja, und dann kommt eben der Aufbau der Landing Zone und vielleicht noch ein bisschen Skilling drumherum, dass sich also die Mitarbeiter auch damit dann auch auskennen und dann erfolgt im Prinzip die eigentliche Migration. Und das Ganze erfolgt in Wellen, deswegen ist das so ein in sich geschlossener Kreis. Das heißt, wir haben also immer wieder einzelne Wellen. Wir werden im Regelfall nicht mit einem Big Bang an einem Wochenende mit einem Schlag alle hunderte VMs in die Cloud migrieren, sondern wir werden im Regelfall Gruppen bzw. Wellen definieren und dann eben wellenweise da vorgehen und diese Wellen sind im Regelfall so organisiert, dass das innerhalb einer Welle die Systeme sind, die in irgendeiner Weise zusammengehören, die in irgendeiner Weise sich gegenseitig auch bedingen oder wo ich sage, die sind die Grundlage für spätere Wellen. Parallel zu diesen Migrationsschritten werden immer zwei ganz wesentliche Themen eine Rolle spielen, nämlich Govern and Manage. Das Thema Governance ist ein ganz wesentliches. Wenn ich, ich sage jetzt mal, zu schnell, zu Hals über Kopf in die Cloud gehe, dann habe ich im Prinzip das Problem, dass die einmal außer Acht gelassenen Sicherheitsmaßnahmen, Governancemaßnahmen usw. mich früher oder später wieder einholen und dann zu finanziellen Problemen, auch zu technischen Problemen führen können und deswegen ist es wichtig, sich frühzeitig über dieses Thema Gedanken zu machen, idealerweise, indem ich frühzeitig ein Governance-Konzept erstelle oder erstellen lasse, indem eben dann alle Fragen zum Umgang mit Cloud und Regelwerken usw. einfach schon mal geklärt und definiert sind. Und das ganze Management drumherum ist natürlich wichtig. Da gehören so ganz einfache Dinge wie Monitoring und Logging natürlich dazu. Ja, sobald ich mit der Cloud arbeite, muss ich ja auch dort die Systeme entsprechend überwachen können. Ich werde mich auch über so Dinge unterhalten müssen, wie gehe ich mit Backup um, wie gehe ich mit Patch-Management um und dergleichen mehr. Also das wird hier immer am Rande sozusagen parallel zu dieser eigentlichen Migration eine wesentliche Rolle spielen. Ja, wie gesagt, die Fast Track for Azure Engineers, die sind hier im Prinzip immer für mich da. Die kann ich, also ich kriege dann im Prinzip einen zugewiesen, den kann ich dann im Prinzip kontaktieren und der unterstützt mich dann, der unterstützt mich einmal im Lernen. Also der wird mir jetzt keinen klassischen Kurs oder eine klassische Schulung halten, aber der gibt mir im Zweifelsfall nochmal einen Wink, wo ich quasi passende Materialien bekommen kann oder wenn ich eine Schulung buchen will, welche das denn sinnvollerweise sein sollte. Der unterstützt mich dann eben beim Aufbauen der Landing Zone. Ja, diese Landing Zone, das ist im Prinzip der erste Brückenkopf, den ich in die Cloud schlage. Das könnten zum Beispiel, sehr kundenspezifisch, aber das könnten zum Beispiel so Dinge sein, wie eine VPN-Strecke zwischen On-Premise-Welt und der Cloud-Welt. Das könnten beispielsweise die zentralen Domain-Controller sein, das könnte ein zentrales Key Vault sein, das könnte eine zentrale Backup-Lösung sein, also all diese Dinge, die ich brauche, um überhaupt erstmal netzwerkseitig und managementseitig darauf vorbereitet zu sein, dass dann später weitere VMs kommen und dann unterstützen die mich natürlich auch, möglichst reibungsfrei, sage ich mal, durch diese Migration durchzukommen oder auch, wenn ich neue Lösungen in der Cloud bereitstellen möchte, dann unterstützen die mich da auch entsprechend. Landing Zone, wie gesagt, ganz wichtiger Punkt. Hier ist es so, dass ich relativ frei bin, wie ich das aufziehen möchte. Ich kann aber, wenn ich im Prinzip keine Idee habe, mir hier von beiden Seiten, also von Microsoft und vom AMP-Partner, die passende Unterstützung holen. Da gibt es auch mittlerweile sehr gängige Best-Practice-Ansätze, die man da gehen kann, wenn man jetzt keine speziellen Anforderungen sozusagen hat oder wenn man spezielle Anforderungen hat, dann finden sich meistens da aus den bereits gemachten Erfahrungen und Best-Practices so Mischungen, die da gut passen. Nur mal zum Grobverständnis, ich will jetzt ja gar nicht auf jedes Pünktchen in dieser Slide eingehen, denn dafür ist es doch zu detailliert. Wenn ich mit dem AMP-Programm liebäugle, wenn ich damit arbeiten möchte, empfiehlt es sich immer, sich frühzeitig einen Partner zu suchen, der das Ganze mit begleiten kann und das ganze AMP-Engagement über diesen Partner anzustoßen. Der weiß erstens, weil er das schon mit vielen anderen Kunden gemacht hat, was es da zu beachten gibt, welche Fehler man nicht machen darf und so weiter, weil es gibt da so Dinge, wo man sagt, wenn die passieren, dann kann es nachher Schwierigkeiten geben bei der Geldausschüttung und so, zum Beispiel, wenn ich Fristen nicht einhalte. Und von daher macht es also Sinn, sich da frühzeitig so einen Partner zu suchen. Der hat auch den direkten Draht zu Microsoft, der weiß also auch, wie er das wo einreichen muss und so weiter. Nichtsdestotrotz, ich kann das aber auch im Prinzip, wenn ich möchte, im Alleingang bis zu einem gewissen Punkt machen. Man kann das hier sehen, es gibt hier im Prinzip Dinge, die in hellblau sozusagen vorneweg passieren, da kann ich, wenn ich das möchte, relativ viel selbst tun. Das heißt also, ich kann mich selber für das Partnerprogramm nominieren. Ich würde dann im Prinzip im Hintergrund von Microsoft geprüft werden, ob ich grundsätzlich überhaupt für dieses Partnerprogramm geeignet bin. Es wird dann eine Art Kick-Off-Workshop durchgeführt, wo eben dann auch nochmal festgestellt wird, wie gut bin ich für AMP geeignet, was kann mit AMP gemacht werden. Da werden mir dann auch im Prinzip die Zusagen dann irgendwann gegeben, welche Benefits ich von Microsoft bekomme, also das heißt also gerade, welche Gelder ich von Microsoft hier an die Hand bekommen werde. Und dann beginnt im Prinzip einmal dieses Skilling, das heißt also das Vermitteln von Wissen und von Fähigkeiten und dann eben auch das eigentliche Doing mit dem Aufbau der Landingzone, mit der Migration und dann eben irgendwann mal mit dem Übergang in den klassischen Cloud-Betrieb, der vielleicht hier und da nochmal seinen Support benötigt. Das ist mal nur ein Beispiel, wie sowas aussehen kann. Es gibt für die verschiedenen Möglichkeiten, was man mit Azure Migrate migrieren kann, auch entsprechende AMP-Offerings. Es gibt beispielsweise eins für VMs. Es gibt aber genauso auch ein AMP-Offering für Datenbanken. Wenn ich mit diesem AMP-Offering für VMs arbeiten möchte, dann muss ich wenigstens 50 VMs in die Cloud bringen. Diese 50 VMs müssten jetzt im Zweifelsfall nicht alle eins zu eins migriert werden. Es könnte auch sein, ich stelle bei der Migration und bei dem Assessment fest, es gibt eine Maschine, deren Zweck ich zwar weiterhin brauche, aber wo die Lösung einfach mittlerweile veraltet ist und wir bauen diese Lösung neu durch eine neue Software beispielsweise und migrieren eben nicht erst die alte veraltete Maschine, sondern bauen eine neue in Azure auf. Dann ist das auch fein. Also die müssen nicht zwingend eins zu eins 50 Maschinen in die Cloud migriert werden. Pauschal gesagt, je mehr Maschinen ich in die Cloud migriere, desto größer wird das Engagement von Microsoft ausfallen. Das heißt also, desto größer wird einmal das Partnerfunding sein, das heißt diese finanzielle Unterstützung, die dem Partner an die Hand gegeben wird, um mich als Kunden zu unterstützen und desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich Azure Credits bekomme. Ganz einfach, Microsoft verdient ja am Ende an den VMs, die ich in die Cloud bringe, langfristig Geld durch die Consumption. Insofern ist also das Interesse da, möglichst viele Maschinen in die Cloud zu bringen und je mehr das eben sind, desto mehr Geld und desto mehr Unterstützung bekomme ich hier von Microsoft und ich muss auch sagen, desto mehr menschlichen Support bekomme ich. Also klar, die Microsoft-Mitarbeiter haben ja alle auch ein Interesse, vor allem die großen Projekte zu bekommen und das heißt also, je größer meine Migrationslandschaft nachher sein wird, desto interessanter, desto spannender bin ich auch für eine Microsoft. Was ist grundsätzlich möglich und was wird künftig möglich werden? Zunächst mal, was die Workloads angeht, wir können, ich sage jetzt mal, alle Formen von gängigen Serversystemen migrieren, das heißt also Windows und Linux. Bei Linux muss man sagen, das hängt ein bisschen von den Distributionen ab, die eingesetzt werden, aber die gängigen, also Red Hat, Suse, Ubuntu, CentOS und Co., die sind da dabei. Wenn ich jetzt irgendwas sehr Spezielles habe, das wird im Regelfall nicht funktionieren, da muss man also gucken, ob man das vorher nochmal umbauen kann, aber Betriebssysteme gehen. Was nicht geht, ist macOS, denke ich, dürfte klar sein. SQL Server kann ich migrieren. Ich kann auch ganze Azure VMware Solutions migrieren, das heißt bestehende VMware-Maschinen, die ich bei mir on-prem auf VMware laufen habe, werden oder bleiben VMware-Maschinen in Azure. MySQL Databases gehen und VDI, das heißt also Windows 10 basierte Client Terminal Server, wenn wir so wollen, werden dann entsprechend ebenfalls migriert. Was noch künftig kommen wird, ist die Möglichkeit für .NET Web-Applikationen, das heißt also eben das Migrieren von klassischen Anwendungs-Servern, die auf Basis von .NET laufen, dass man die auch entsprechend über das AMP-Programm migrieren kann. Das ist angekündigt, wird wohl sehr bald kommen. Ja und was die Regionalität angeht, man sieht das unten, das ist schon in einer gigantischen Fülle von Regionen dieser Welt verfügbar. Ich sage mal, Europa ist weitgehend abgedeckt, aber auch andere Ecken dieser Welt, also gerade auch Nordamerika, teilweise Lateinamerika, Asien, die sind hier mit dabei, heißt also in den Bereichen kann ich es nutzen. Fällt mein Land noch in keine dieser Kategorien, habe ich eine gewisse Chance, dass das irgendwann dann zeitnah kommt, oder ich kann im Zweifelsfall immer mit Microsoft sprechen, ob es da, ich sage mal, Umwege gibt. Oftmals ist es so, ich habe irgendwo noch mal eine Zweigniederlassung in einem sehr unterstützten Länder, dann kann man es über den Weg abwickeln, also da gibt es Möglichkeiten. Ja, was geht jetzt tatsächlich mit diesem Tooling und wie sieht das dann am Ende des Tages auch aus? Wir haben also im Wesentlichen, wollen wir uns jetzt mal quasi auf das Tooling so ein bisschen zurückziehen und auf das eigentliche Doing während der Migration, haben wir im Prinzip zwei Hauptbestandteile. Wir haben einmal das Thema Assessment und wir haben das Thema Migration. Das sind die zwei Phasen. Diese zwei Phasen, wir sehen das hier im Screenshot, die werden auch in dem Azure Migrate in der Oberfläche auch getrennt aufgezeigt. Ja, also wir haben hier die Assessment Tools und wir haben die Migration Tools. Hier im Screenshot habe ich jetzt mal für beides jeweils Microsofts eigenes Tool gewählt, nämlich in dem Fall Azure Migrate Server Assessment und Azure Migrate Server Migration. Ich könnte jeweils für beides auch unterschiedliche Tools benutzen. Also ich könnte beispielsweise Cloudamice und Mover hier kombinieren oder andere Tools kombinieren. Ich kann auch ein Drittanbietertool mit Microsoft kombinieren. Also da gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ja, während so eines Assessments habe ich als allererstes vorneweg ein sogenanntes Discovery. Dieses Discovery dient dazu, eine Inventarisierung durchzuführen. Welche Systeme gibt es denn überhaupt bei mir? Das ist durchaus auch für Kunden hilfreich, die da noch gar nicht so richtig den Überblick haben. Wir haben das in der Vergangenheit, gerade in der jüngeren Vergangenheit, relativ oft, dass Kunden sagen, ja, ich habe hier eine größere Menge VMs, liegt dann meistens im oberen dreistelligen Bereich. Und wir wissen gar nicht so richtig, was die eigentlich machen. Wir wissen gar nicht, was da drauf ist, weil die über viele Jahre gewachsen sind und aus ganz verschiedenen Abteilungen betreut werden. Und es gibt keinen, der zentral sagen kann, wofür jetzt eine einzelne VM da ist. Und da kann mich eben dieses Tooling schon mal unterstützen. Dann haben wir im Regelfall in dem Assessment ein Grouping. Dieses Grouping bedeutet im Prinzip, dass ich die Maschinen, die ich im Discovery gefunden habe, in Gruppen einteile. Diese Gruppeneinteilung hat erstmal technisch keine große Bedeutung. Es ist hier sinnvoll, dass man eben nicht mit einem Schlag alle, ich sage jetzt mal, 1000 Maschinen in so eine Gruppe gibt und dann in ein Assessment drüber fährt, sondern dass man die so ein bisschen klein teilt. Aber man kann auch durchaus erstmal eine gemeinsame Gruppe für alle Systeme bilden. Das ist kein Problem. Die Gruppe ist nur deswegen wichtig, weil ich auf der Gruppe später unter anderem die Kostenschätzung bekomme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Kosten aufteilen will, nach Business Units, nach Geschäftsbereich oder nach was auch immer, dann macht es eben auch Sinn, dass ich das Grouping auch entsprechend über diese Business Units definiere. Und dann haben wir eben als dritten Step das Assessment. Bei diesem Assessment muss ich auch ein paar Annahmen sozusagen treffen. Man kann das hier im Screenshot sehen. Diese Annahmen sind zum Beispiel, wo möchte ich später die VMs mal betreiben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Annahme getroffen, Westeuropa. Oder ich muss zum Beispiel auch definieren, will ich diese Maschinen später mit Reservierungen betreiben, dann würden sie günstiger werden. Oder will ich sie nach dem PSU Go Modell betreiben, also immer nur dann bezahlen, wenn sie auch laufen, dafür aber mit etwas höheren Kosten pro Stunde. Oder eben zum Beispiel hier unten auch, welche VM-Serie möchte ich verwenden. Es gibt ja in Azure verschiedene VM-Familien und Serien, die allesamt unterschiedliche Features, Leistungen, Prozessortypen, aber natürlich auch andere Preise haben. Oder aber auch zum Beispiel hier unten kann ich dort definieren, bringe ich die passenden Server-Lizenzen schon mit oder will ich die Lizensierung vollständig über Azure abwickeln. Also all diese Annahmen muss ich hier im Prinzip einmal treffen, weil auf Grundlage dieser Annahmen dann auch später meine Preisrechnung erfolgen wird. Für das eigentliche Discovery, also das heißt für das Feststellen, welche Systeme es gibt, für die Inventarisierung, gibt es im Prinzip zwei wesentliche Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, eine Appliance runterzuladen. Die gibt es sowohl für VMware als auch für Hyper-V. Diese Appliance installiere ich mir dann als VM auf meinem Hyper-V oder auf meinem VMware-System, richte mir dann dort diese VM ein bisschen ein. Da muss man dann ein paar Daten angeben. Ich muss mich zum Beispiel mit meiner Azure-Umgebung verbinden und ich muss beispielsweise auch Credentials angeben, mit denen man sich an dem VMware- oder Hyper-V-System anmelden kann, damit diese Appliance also in der Lage ist, da entsprechend auch zu lesen. Und dann würde die also im Prinzip automatisch da einfach an die Umgebung rangehen und sich da die Daten rauslesen. Die zweite Möglichkeit wäre, das Ganze über einen CSV-Import zu machen. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise schon bereits eine Inventalliste habe, aller meiner Systeme oder vielleicht auch nur der Systeme, die für die Migration relevant sind, dann kann ich das auch über den CSV-Import machen. Der hat zwar ein paar Nachteile, hat aber halt den großen Vorteil, dass ich keinerlei Verbindung zu meiner On-Prem-Umgebung brauche. Ich muss auch On-Prem-Nix installieren. Und gerade wenn ich noch in einer ganz frühen Phase stehe, wo ich nur mal eine erste Kostenschätzung brauche, ist der CSV-Import durchaus ein sehr valider Weg, den man da gehen kann. Sage ich auch gleich noch mal ein bisschen was zu. Im Allgemeinen ist natürlich die Appliance zu empfehlen. Die Appliance hat nämlich den Vorteil, dass sie nicht nur die Inventarisierung vollständig sicherstellt, natürlich nur soweit vollständig, wie die zu inventarisierenden Systeme auch erreichbar sind. Also wenn ich irgendwo einen versteckten Hyper-V-Host habe, der netzseitig gar nicht erreichbar ist, dann wird auch die Appliance sich nicht korrigieren können. Aber das, was ich sozusagen an Daten reingebe und da, wo auch die Verbindung möglich ist, da ist dann auch sichergestellt, dass da keine VM, ich sage jetzt mal, vergessen wird. Das könnte beim CSV-Import ja durchaus passieren. Und die Appliance leistet noch mal ein Monitoring. Das heißt, die analysiert auf der Umgebung, die ich da analysieren lasse, wie stark die einzelnen Komponenten, also vor allem die einzelnen VMs, ihre Ressourcen auslasten. Das heißt, die weiß einmal, welche Ressourcen sind zugewiesen, wie viele Prozessorkerne, wie viel RAM und so weiter und so fort. Aber die analysiert eben auch, wie stark ist der Prozessor ausgelastet, wie stark ist der CPU ausgelastet, welcher Netzwerktraffic ist hier da, wie viele IOs auf den Discs haben wir und so weiter. Und diese Information, die hat zwei Ausschläge. Die ist einmal relevant für die Preisschätzung beziehungsweise das Sizing. Das heißt also, danach empfiehlt mir Microsoft dann im Prinzip die zu verwendenden VM-Größen und daraus resultieren ja die Preise. Und das ist auch relevant, wenn ich später migrieren möchte, denn dann ist es ja so, dass ich für jede VM, die ich in Azure anlege oder eben migriere, die Größe festlegen muss. Und jetzt kann es natürlich sein, dass ich das bei einigen händisch tue, aber gerade, wenn ich ein paar hundert VMs migriere, möchte ich mir eigentlich nicht bei jeder VM aufs Neue überlegen müssen, wie viel Kurs und wie viel RAM und so weiter braucht die. Und da ist es dann eben sehr hilfreich, wenn diese Daten automatisch hier aus der Azure Migrate Assessment Phase übernommen werden können. Das kann das Portal entsprechend leisten. Da gibt es auch Möglichkeiten, das kann man hier schon festlegen, dass ich zum Beispiel nur die maximal 95% Auslastung berücksichtige, also die obersten 5% immer abschneide. Das ist deswegen interessant, weil ich sonst Maschinen im Prinzip ja immer für ihre absolute Spitze skalieren muss, auch wenn diese Spitze nur ein einziges Mal in dem 7-tägigen oder 30-tägigen Assessment-Zeitraum aufgetreten ist. Und meistens ist es ja so, wenn ich einen Prozessor um 5% langsamer mache, dann wird die Applikation deswegen ja nicht sterben, sondern die wird einfach nur ein paar Sekunden oder vielleicht sogar noch Bruchteile von Sekunden länger brauchen. Aber aus Kostensicht kann das sehr interessant sein, weil das unter Umständen dazu führt, dass die Maschine nur noch halb so viele Kurs braucht. Und das bedeutet auch, sie ist nur halb so teuer. Also von daher macht das also auf jeden Fall Sinn, das über diese Appliance zu machen. Wenn ich das über die CSV mache, dann habe ich später nur die Möglichkeit, dass ich sage, ich möchte bitte die Preisschätzung und die Ressourcenzuweisung anhand der Daten machen, die ich in der CSV übermittelt habe. Das heißt, in der CSV muss dann drinstehen, wie viel Megabyte Arbeitsspeicher hat die VM, wie viel Kurs hat die VM. Aber das ist im Regelfall mehr, als ich eigentlich brauchen werde. Die Erfahrung zeigt, dass VMs, die von On-Premise in die Cloud verschoben werden, wenn man denen einfach das an Leistung gibt, was sie On-Premise hatten, oder wenn man neue VMs in der Cloud anlegt, aufgrund der Erfahrungen, die man von On-Premise mitbringt, dann haben diese Maschinen in der Regel zu viel Leistung. Also die haben Kurs, die sie nicht nutzen werden. Sie haben auch oft RAM, den sie so nicht ausnutzen, aber gerade die CPU-Kurs ist ein wesentlicher Punkt. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist sicherlich, dass On-Premise-Kurs deutlich stärker überbucht werden. In der Cloud, wenn ich da einen Core buche, habe ich einen Core. Mein Core für mich. Wenn ich On-Premise auf Hyperview oder VMware an der VM zwei Cores gebe, dann wird sich diese VM, diese Cores wahrscheinlich mit anderen VMs teilen. Da überbucht man teilweise bis 8-fach oder sogar bis 12-fach. Das heißt, die VM hat, die zwei Cores hat in Wirklichkeit ja eigentlich nur ein Viertel-Core. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass die Leistungsfähigkeit der Systeme in der Cloud meistens deutlich besser ist, als die meiner Systeme, die ich vor 3, 5, 7 Jahren gekauft habe. Das heißt, da ist ein Prozessor-Kern leistungsfähiger als vor 5 Jahren. Die Systeme haben vielleicht eine SSD drunter, die einiges an Leistung mehr bringt usw. Also von daher ist es schon hilfreich, wenn man auch die echte Auslastung der Systeme kennt. Wenn man mit der Appliance arbeiten möchte, dann ist es wichtig, dass man die auch eine gewisse Zeit laufen lässt. Also ich sage mal, wenigstens 7 Tage ist so das, wo wir sagen, also da macht es Sinn. Klar, man kann die auch plus 24 Stunden oder sogar nur eine Stunde laufen lassen. Sobald die ein paar Minuten gelaufen ist, kann ich im Prinzip schon erste Daten generieren. Aber Microsoft wird mir dann auch im Portal zeigen, dass die Verlässlichkeit dieser Daten noch sehr eingeschränkt ist, weil ich halt einfach gewisse Spitzen, die nur einmal am Tag oder nur einmal die Woche auftreten werden oder bestimmte Nutzungsmuster da noch nicht sehen werde. Deswegen macht es also Sinn, das auch 7 Tage oder besser 14 Tage mal laufen zu lassen. Aus dem Assessment purzeln dann neben der Inventar-Liste zwei wesentliche Punkte für mich raus für die spätere Fragestellung des Gangs in die Cloud. Nämlich einmal, wie ready, wie fertig, wie bereit für die Cloud sind meine Systeme? Zunächst von außen betrachtet. Das heißt, wir können hier sehen, in dem Screenshot zum Beispiel oben, dass mir hier gezeigt wird, dass hier diese VM einen Boot-Typ, nämlich EFI, mitbringt, der nicht supportet wird. Oder dass hier unten das Betriebssystem nicht bekannt ist. In dem Fall liegt es daran, dass die Maschine zu dem Zeitpunkt, wo das Assessment lief, ausgeschaltet war. Oder aber auch zum Beispiel, wenn da irgendwelche anderen Dinge passieren, die so nicht unterstützt werden. Würde mir hier aufgezeigt werden. Was er mir hier noch nicht aufzeigen kann, ist, ob in der VM eine Software läuft, die nicht in der Cloud laufen würde. Aus welchen Gründen auch immer. Oder, das kommt auch immer wieder vor, ob die VM vielleicht eine Software benutzt, deren Lizenzbestimmungen den Betrieb in der Cloud gar nicht hergeben. Zum Beispiel, weil ich dort auf Sockel lizenzieren muss. Das geht in der Cloud ja gar nicht. Ich kann ja keinen Sockel kaufen. Ich bekomme nur Kurs. Oder wenn ich eine Lizenz habe, die nur funktioniert, wenn mir der Server gehört. Auch das ist ja in der Cloud nicht gegeben. Also von daher, das würde man hier noch nicht sehen. Man kann aber ein Stück weit mehr noch später sehen. Das zeige ich gleich nochmal. Wir bekommen hier außerdem die Schätzung, was wird Microsoft für diese VM an Größe empfehlen. Schätzung deswegen, weil wir ja im Regelfall nur einen bestimmten Zeitraum lang das haben laufen lassen. Und jetzt kann es eben sein, dass ich hier entweder ungewöhnlich hohe Spitzen drin hatte, die wir später gar nicht mehr haben werden. Oder dass wir hier vielleicht auch sehr viele Spitzen hatten, die in der Cloud nicht mehr vorkommen. Also es kann schon sein, dass die Größe später nochmal eine andere sein wird. Aber es ist ein erster Wurf. Und wir sehen dann auch so Werte, wie viele Disks hat das Ding, wie viel Storage wird da benutzt und so weiter und so fort. Und wir können dann in der zweiten Karteireiter sozusagen sehen, was wird auf der Grundlage der vorgesehenen VM-Größen hier an Kosten auf mich zukommen. Das heißt, wir können also dann hier sehen, okay, Azure empfiehlt mir hier zum Beispiel eine DS12 V2 und ich brauche 256 GB. Ich habe vorher festgelegt, dass ich es gerne als Premium-Storage hätte. Deswegen kommen hier raus 349 Euro im Monat für diese VM plus 36 Euro für die VM, um deren Disk abzubilden. Und dann sehen wir hier oben auch die Gesamtkosten. Was entsteht da sozusagen an Gesamtkosten im Monat? Wären hier in dem Fall 4192 Euro für alles zusammen, aufgeteilt in 2600 für Compute und 1500 für das Storage. Wenn mir das gerade aus Assessment-Sicht hier oben noch nicht genügt, habe ich noch zwei weitere Möglichkeiten, die ich noch optional dazu schalten kann. Das ist nämlich einmal die vorhin schon kurz angesprochene Dependency Analysis und dann hier auch mit dieser Dependency Visualization. Da muss ich allerdings in der VM einen Agenten installieren. Das kann ich manuell tun, das kann ich natürlich auch über eine Softwareverteilungslösung oder über eine GPO oder sowas tun. Und diese Software würde dann quasi in der VM laufen und ein Netzwerkmonitoring im Prinzip im Wesentlichen betreiben. Und dann sehe ich nämlich hinten raus als Ergebnis für eine bestimmte VM, die habe ich jetzt hier mal aufgerufen. Welche eingehenden und ausgehenden Datenverbindungen betreibt diese Maschine denn? Und da sehen wir zum Beispiel, es gibt hier eine Gruppe von Clients, 16 Stück sind das in dem Fall, die über diese Ports hier kommunizieren. Wir sehen dann hier auch die IP-Adressen hier aufgelistet und wir sehen auch die Ports aufgelistet, auf denen die kommunizieren. Das ist jetzt hier in dem Fall relativ einfach. Das war hier in dem Fall ein Domain-Controller. Das sehen wir hier auch. Ja, hier läuft ein Active Directory und dann haben halt diese Clients hier auf dem Port 389 mit diesem Domain-Controller gesprochen. Gleichzeitig hat der Controller mit der Außenwelt gesprochen, der hat ja irgendwie DNS ein bisschen was rausgeschickt, der hat ja irgendwie ein bisschen NTP gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, aus diesen Daten kann ich eine gewisse Gruppierung und damit auch meine Migrationswellen definieren, weil ich jetzt weiß, diese Systeme brauchen diese Systeme. Das heißt, die muss ich also irgendwie als eine Einheit gemeinsam migrieren. Was auch als zweites noch möglich ist, allerdings aktuell nur für VMware und auch aktuell nur in der Preview, also es ist also noch nicht produktiv sozusagen einsetzbar oder sollte noch nicht produktiv eingesetzt werden, ist nochmal eine Möglichkeit des Application Inventories, um dort innerhalb der VMs nochmal zu sehen, welche Applikationen laufen dort mit der aus Microsoft-Sicht verbundenen Einschätzung, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Wir sehen, hier gibt es offensichtlich eine Maschine auf der Applikationen laufen, die Aufmerksamkeit erfordern. Wie gesagt, geht aktuell nur für VMware und ist aktuell in der Preview-Phase, kann man aber eben schon nutzen, um zumindest mal einen ersten Eindruck zu bekommen, einerseits, was das Tool leisten kann und andererseits vielleicht auch mal die erste Idee zu bekommen, was läuft denn in meinen Systemen. Wenn ich dann mal so weit bin, dass ich einmal Systeme inventarisiert habe, das heißt also durch das Assessment mindestens das Discovery gelaufen ist und die Maschine damit also bekannt ist für Azure, dann kann ich die Replikation aktivieren. Diese Replikation ist wie gesagt erstmal das in die Cloud kopieren der Blöcke einer VMs. Wenn ich die VM quasi weiterhin betreibe, ist es auch eine fortwährende Replikation, das heißt also erstmal wird er natürlich einen gewissen 100%-Stand replizieren und danach wird er fortwährend jede Änderung, die an der Maschine gemacht wird, auch nach Azure migrieren. Natürlich immer mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, also keine synchrone Replikation, das ist eine asynchrone Replikation, das muss auch so sein, sonst würde man im VM on-premise dadurch ja massiv ausgebremst werden. Aber das ist weitestgehend, ich sag mal, in Sync. Ab dem Moment, wo ich das einschalte, ab dem Moment, wo ich diese Replikation einschalte, zahle ich für Speicher und für die Transaktion auf dem Speicher. Da kann man sich ganz einfach den Azure-Preisrechner hernehmen, der ist im Internet verfügbar, dort kann ich entsprechend einen Storage-Account auswählen, kann dort mal testweise eine bestimmte Datenmenge eingeben, die ich da brauche und da bekomme ich dann eine Preisschätzung. So ganz Pi mal Daumen, ein Terabyte kostet mich im Monat etwa 18 Euro, müssten es aktuell sein, also unter 20 Euro fürs Terabyte. Und ich bezahle halt auch immer für die Transaktionen, die halten sich aber im Rahmen, da reden wir von Beträgen, deutlich unter einem Cent für jeweils 10.000 Transaktionen. Also von daher, das wird mich hier am Anfang eher noch nicht preislich in die Bredouille bringen, eher noch ist es, dass der belegte Speicherplatz halt Kosten verursachen wird. Außerdem muss ich bei diesem Schritt, wo ich diese Replikation anstoße, auch schon definieren, denn man kann das hier sehen, dieser Assistent, der besteht hier aus mehreren Reitern, es gibt einen Reiter, der heißt im Compute, den sieht man hier unten, da muss ich dann definieren, wie soll die Maschine in Azure, wenn sie denn mal später als Maschine betrieben wird, wie soll sie denn ausgestaltet sein? Das heißt, ich muss jetzt schon definieren, welche VM-Größe ich nutze, da bekomme ich, je nachdem, was ich vorher gemacht habe, wenn ich ein passendes Assessment gemacht habe, sieht man hier, bekomme ich die Empfehlung aus dem Assessment. Wenn ich kein Assessment gemacht habe, muss ich es selber definieren oder ich kann aber auch sonst jederzeit hier eingreifen und kann die Größe manuell ändern. Wir sehen hier nochmal angezeigt, was hätte die VM on-premise? Diese Kombination gibt es so in Azure gar nicht, also 3 GB RAM gibt es nicht. Die RAM-Mengen sind immer, außer dass es Maschinen gibt mit einem GB, aber ansonsten sind das immer gerade Mengen von RAM mit ganz wenigen Ausnahmen. Es gab früher VMs mit 3,5 GB, aber jetzt ist mittlerweile alles auf 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB und so weiter ausgelegt. Und ich muss definieren, welches Betriebssystem wird das nachher sein. Da hängt nämlich die Lizenz dran und ich muss sagen, von den Disks, die an der Maschine dranhängen, welches ist die OS-Disk, also die Betriebssystemplatte. So und dann beginnt im Prinzip diese Replikation. Spätestens jetzt, wenn nicht sogar vorher, sollte ich die VM auch für den Betrieb in Azure vorbereiten. Das heißt, ich muss zum Beispiel dafür sorgen, dass die VM per RDP erreichbar ist. Das hat mich vielleicht On-Premise gar nicht so interessiert, weil ich On-Premise vielleicht mit der VMware-Konsole oder mit der Hyper-V-Konsole an die Maschine rangekommen bin, wenn ich es denn mal notfallsweise brauchte. Das gibt es so in der Cloud nicht. Da ist der einzige Weg, wenn ich an das Betriebssystem ran will, über eine grafische Oberfläche, der Weg über RDP beziehungsweise bei Linux dann eben SSH. Klar, ich komme natürlich auch per PowerShell oder per WinRM oder anderen Remote-Mechanismen ran, wenn die denn Firewall-seitig zugelassen sind. Aber man sollte unbedingt RDP aufmachen, weil es einfach Dinge gibt, da tut man sich unglaublich schwer, das über diesen Weg zu machen oder wenn ich eben vergessen habe, WinRM zu aktivieren, dann komme ich wenigstens per RDP noch ran und kann das nachträglich dann auch wieder aktivieren. Da muss ich auch gucken, wie ist die IP-Konfiguration. Wenn die Maschine eine statische IP-Adresse hat, wird das ein Problem nachher sein. Azure vergibt seine Adressen selbst, das heißt, müsste man da eingreifen oder auch die Laufwerksbuchstaben. Der Laufwerksbuchstabe D ist nämlich in Azure eigentlich für die temporäre SSD-gestützte Festplatte vorgesehen. Wenn ich den also selber genutzt habe und der aber nur dynamisch vergeben war, würde der nach hinten rücken. Das heißt, da würde Microsoft den D für sich selbst reservieren und mein altes Laufwerk D würde dann vielleicht Laufwerk E werden. Da muss man also aufpassen, wenn man auf die Laufwerksbuchstaben angewiesen ist, weil die Applikationen mit bestimmten Faden arbeiten, dann muss ich den Laufwerksbuchstaben statisch machen, dass der quasi nicht überschrieben werden kann. Dann würde nämlich diese temporäre SSD-gestützte Festplatte einfach den nächsten freien Laufwerksbuchstaben kriegen. Man wird sicherlich auch den ein oder anderen On-Prem-basierten Agenten noch entfernen wollen. Also zum Beispiel, wenn ich eben auf VMware gelaufen bin, dann werde ich den VMware-Agenten deinstallieren. Wenn ich jetzt ein On-Premise-Backup gemacht habe und künftig in der Cloud mit Cloud-Mitteln backuppen will, dann werde ich vielleicht den Backup-Agenten deinstallieren. Also all solche Geschichten. Dadurch, dass ja die Replikation fortwährend ist, kann ich das wie gesagt auch noch machen, nachdem die Replikation angestoßen wurde. Ich muss das also nicht zwingend schon vorher abgeschlossen haben. Wenn ich jetzt in Zeitnot bin, empfiehlt es sich auch, erst die Replikation anzustoßen, weil die wird Zeit brauchen, aufgrund der meistens großen Datenmengen und nicht ganz so starken Datenleitungen. Und dann eben parallel zu der Replikation diese Änderungen dann her zu richten. Was man auch gucken sollte, das ist allerdings was dann sozusagen für den letzten Step, dass es da keine offenen Updates mehr geben darf. Also gerade auch Updates, die irgendwie so halbfertig installiert sind oder die irgendwie im schlimmsten Fall zurückgerollt werden müssen, weil das nämlich im schlimmsten Fall dazu führt, dass wenn die Maschine das erste Mal in Azure hoch kommt, beim ersten Mal nicht sauber hoch kommt, Azure dann einen Fehler erkennt und die Maschine eben quasi als nicht funktionsfähig markiert. Das erste Boot muss sauber durchlaufen. Wenn die Maschine nach dem ersten Boot noch dann ein neues Update beginnt zu installieren, weil das bisher nicht installiert war, das ist nicht ganz so kritisch, aber wenn die quasi in so einer Phase ist, wo die nach dem nächsten Boot eben nicht durchbootet, sondern nochmal einen Restschritt einer Update-Installation durchführt, das wird im Regelfall zu Problemen führen, also deswegen muss man dafür sorgen, dass da keine ausstehenden Updates mehr gibt. So, wenn die Maschine jetzt einmal durchrepliziert wurde, das heißt also sie hat einmal den 100%-Stand erreicht, dann steht mir ab dem Moment die Möglichkeit zur Verfügung, eine sogenannte Test-Migration durchzuführen oder aber auch schon die finale Migration durchzuführen. Beides ist grundsätzlich möglich. Die Test-Migration wird wenigstens einmal für jede Maschine empfohlen. Bei der Test-Migration wird aus den Bits, die in die Cloud repliziert wurden, eine VM generiert. Die VM wird entsprechend gebootet und ich kann dann zum Beispiel mich per RDP oder was auch immer mit der VM mal verbinden, kann mal gucken, ob die soweit läuft, ohne dass dabei meine bestehende Umgebung on-premise beeinträchtigt wird. Das heißt, diese VM ist einerseits vom Netzwerk abgekoppelt und die on-prem VM läuft auch normal weiter. Denn wenn ich die richtige Migration benutze, habe ich ja dann erstens quasi einen Klon meines Systems im Netz, das heißt es macht schon Sinn die on-prem Maschine dabei auch runterzufahren und das ist auch der Standardweg, den Microsoft hier einschlägt. Das heißt, wenn man auf den Migrate-Button klickt, ist standardmäßig ausgewählt Shutdown Machines before Migration, hat auch den Hintergrund, dass damit dann sichergestellt werden kann, dass die Maschine wirklich zu 100% repliziert wurde, bevor sie in der Cloud hochfährt, weil ja ab dem Moment, wo sie abgeschaltet ist on-premise, dort auch keine Änderungen mehr auflaufen können. Das vielleicht mal so ein bisschen an Vorgeplänkel und Theorie, ich will das Ganze nochmal ein bisschen mit einem Überblick in der eigentlichen Oberfläche in Azure mal untermauern. Ich bin jetzt hier quasi im Azure Portal, habe mir dann dort Azure Migrate aufgerufen, das kann man im Zweifelsfall hier oben über diese Suchleiste suchen und da bekomme ich am ersten, also erstes mal so ein bisschen Get Started, Dinge an die Hand, was ich tun kann und hier auch eingeteilt in die Kategorien, in denen man da eben aktuell migrieren kann. Ich kann dann hier eben in diesen Bereich Windows und Linux Server reinspringen, habe dort in meinem Fall bereits ein Migrate-Projekt angelegt, sonst müsste man sich erst noch so ein Projekt anlegen, habe dem Projekt zwei Tools hinzugefügt, nämlich das Azure Migrate Server Assessment und das Azure Migrate Server Migration Tool. Wir könnten hier auch weitere Tools aus den Listen entsprechend wählen, da gibt es dann auch nochmal Informationen zum Pricing und so weiter und so fort. Ich habe dann hier im Prinzip einmal das Discovery ausgelöst und da habe ich eben jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja ich mache das Ganze mit einer Appliance und zwar eben auf der Basis von VMware, Hyper-V oder andere Systeme, da bekommt man dann die entsprechende Appliance zum Download oder aber über den CSV-Import, da kann ich mir so ein CSV-Template runterladen, das heißt da bekomme ich mal die Struktur vorgegeben, wie möchte Microsoft von mir diese Daten haben und das kann ich dann befüllen und hier wieder hochladen. Nachdem ich das getan habe, sind die Maschinen hier unter Discovered Servers zu sehen, das heißt da kann man dann jetzt eben sehen, welche VMs gibt es in meiner Umgebung, da kann ich auch unterscheiden, ich habe nämlich im Prinzip hier mal beide Dinge getan, ich habe einmal über eine Appliance analysieren lassen und ich habe über das CSV analysieren lassen, da sieht man gleich die Datenmenge ist viel geringer, denn im CSV habe ich nur mitgegeben Name, Anzahl Cores, Memory, wie viele Disks gibt es hier, welches Betriebssystem ist da drin, das muss ich alles händisch mitgeben. Bei der Appliance muss ich das eben nicht tun und da sind zum Beispiel so Informationen wie IP-Adressen schon mit dabei und auch die Datenmengen und die Memory-Mengen sind hier ganz genau angegeben und wir können eben hier noch diesen Dependency-Agenten installieren, hier habe ich es mal bei einer Maschine eben getan und da sieht man dann eben, was wir im Screenshot schon gesehen haben, diese Map der verschiedenen Kommunikationskanäle, die hier mit der Maschine bestehen, von wo nach wo kommuniziert hier eben diese Maschine. Das ist erstmal die erste Inventarisierung, auf dieser Inventarisierung würde man jetzt eine Gruppe generieren und auf der Gruppe dann ein Assessment, man könnte zwar jetzt von hier aus gleich das Assessment generieren, da komme ich aber auch bloß dahin, dass ich erstmal eine neue Gruppe anlegen muss. Wenn ich noch keine Gruppe habe, komme ich da halt nicht drüber hinweg sozusagen. Ich lege keine neue an, ich habe schon bestehende, ich habe hier eine Gruppe angelegt für die über die Appliance analysierte und eine zweite für die über die CSV analysierte und wenn man da in diese Gruppen reingeht, sieht man dann im Prinzip eben die zugehörigen Maschinen und man sieht, dass hier ein Assessment mit diesen Systemen bereits durchgeführt wurde. Das kann ich mir hier oben auch aufrufen. Dieses eine Assessment sehen wir dann hier. Das hat allerdings hier den Status outdated, ist einfach zu lange schon her. Klar, wenn ich jetzt ein Assessment vor zwei Jahren gemacht habe und gehe jetzt heute erst in die Cloud, dann werden die Daten einfach nicht mehr stimmen. Einmal gibt es vielleicht gewisse VMs gar nicht mehr und auch die Nutzungsverhalten mögen sich vielleicht geändert haben. So, hier kann ich dann reinspringen und kann eben aus dem letzten Stand, wann das gelaufen ist, sehen, was hier eben an Ergebnissen zurückgekommen ist. Die Readiness der Maschinen, die Kosten der Maschinen. Wir könnten jetzt auch ein Recalculate machen, da würde man zumindest mal die Kosten neu berechnet bekommen, denn die Preise könnten sich ja geändert haben zwischenzeitlich. Insbesondere, weil ich ja mit Euro arbeite, könnte allein der Dollarwechselkurs, der sich ja auch durchaus ändert, zu einer Änderung des Preises führen. Und wir sehen dann eben hier, wie gesagt, für die ganzen Maschinen, sind sie supported, sind sie nicht supported, wenn sie nicht supported sind oder wenn sie nur eingeschränkt supported sind, kann ich ja auch draufklicken, kriege ich auch nochmal eine Erklärung in den Doc-Artikeln von Microsoft, woran das liegen kann. Und ich bekomme eben, wie gesagt, hier nochmal Informationen zur Größe und so weiter und in den Kostdetails eben genauso hier diese Informationen zum Preis und so weiter und so fort. Das ist also der erste Step, wo ich auch frühzeitig, wenn ich jetzt noch gar nicht konkret in die Cloud gehen will, sondern erstmal nur einen Preis haben will, mal so ein Gefühl kriegen will, was will mich das kosten, hier schon mal mitarbeiten kann. Der zweite Step wäre dann, wie gesagt, diese Migration. Und da ich ja schon durch das Discovery hier oben meine Maschinen erkannt habe, brauche ich hier kein neues Discovery durchführen, sondern ich könnte hier im Prinzip sofort mit der Replikation starten. Das heißt, ich habe dann hier meine Liste von bereits erkannten Systemen, kann mir da eins auspicken. Wir nehmen jetzt mal beispielsweise dieses System hier, gehe hier oben auf Replicate und dann muss ich hier wieder auswählen. Ich habe ein System auf Basis von Hyper-V, was ich hier replizieren will. Ich kann hier sagen, ja, das habe ich bereits über ein Assessment assessed. Das heißt, es befindet sich hier in dieser Gruppe und in diesem Assessment und es handelt sich hier um dieses System. Ich muss jetzt eben definieren, wohin ich das Ganze replizieren will. Das heißt also, in welche Resource Group, in welchen Storage Account das Ganze einfließen soll. Hier oben der. Welches Netzwerk dafür benutzt werden soll später. Das hat erstmal jetzt noch keine zu technische Bedeutung, weil die Maschine existiert ja noch gar nicht. Ich muss mich aber hier schon festlegen. Auch muss ich mich eben festlegen, wie stark soll die Maschine sein. Wir kriegen hier die Empfehlung, basierend auf den Daten aus dem Assessment, würde mir das hier jetzt empfohlen werden. Ich muss festlegen, um was für ein Betriebssystem es sich hier handelt und falls mehrere Disks da sind, eben welches die OS-Disk sein soll. Der Name ist nicht zulässig, da ist nämlich ein Leerzeichen drin. Sollen alle Disks repliziert werden oder wenn es einzelne, die ich nicht mit replizieren will, gibt, kann man die hier ausschließen. Und dann startet hier im Prinzip einfach die Replikation. Die würde natürlich jetzt relativ lange dauern. Deswegen habe ich da ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier bereits ein System, was bereits repliziert ist und repliziert wurde. Da sieht man auch, der befindet sich im Status Healthy. Da ist heute auch schon mal eine Testmigration gefahren worden. Da können wir noch mal reingucken. Da sieht man dann auch nochmal Details zu der Maschine. Auch wann die letzte Replikation gefahren wurde. Das ist hier vor zwei Minuten gerade passiert. Man kann da auch zu Compute und so weiter Dinge sehen, wie ich das konfiguriert habe ursprünglich. Man kann das auch jetzt hier nochmal begrenzt ändern. Nicht alles, aber einiges geht zu ändern. Und wir können dann eben hier die Testmigration auslösen oder sogar eben die finale Migration. Da beides allerdings lange Zeit benötigt, kann ich das jetzt hier leider live nicht zeigen. Aber man kann sich es vorstellen, wenn ich hier drauf klicke, generiert er einfach eine neue VM. Ist im Prinzip relativ easy. Ich lege hier nochmal das Netzwerk fest und das war es dann auch schon. Und bei der Echtmigration sage ich nur, ja bitte fahr die runter. Und dann das gleiche Spiel. Die Maschine kommt dann dann entsprechend in dem definierten Netzwerk hoch. So, das ist im Prinzip das, was mir das Tooling hier Azure-seitig bieten kann. Ja, wenn ich jetzt mit der Migration ein Stück weit vorangeschritten bin, das muss gar nicht heißen, dass ich vollständig fertig bin. Dadurch, dass ich an Wellen arbeite, kann es auch sein, ich habe einfach nur die erste Welle schon hinter mich gebracht. Oder die ersten Wellen vielleicht. dann werden früher oder später gewisse Nacharbeiten notwendig. Ja, wir sagen immer ganz gerne Aftercare dazu. Das heißt also, wenn die Maschine dann einmal in der Cloud ist, da muss ich mir eben Gedanken machen, wie will ich mit dem Thema Backup bzw. Desaster Recovery umgehen. Da gibt es Möglichkeiten, das mit Azure-eigenen Werkzeugen zu realisieren. Ich muss es allerdings aktiv tun. Ich kann natürlich auch weiterhin meine On-Prem-Werkzeuge nutzen. Da muss ich mir nur im Klaren sein, dass ich dann in der Regel Traffic erzeuge von Cloud nach On-Premise. der Geld kostet und der auch meine eigene Datenleitung belasten wird. Logging und Monitoring auch ein wichtiges Thema. Na, wie gehe ich damit um? Kann man auch sein bisheriges Tool weiter benutzen. Die können meistens mit Satellitensystemen umgehen. Update-Management ist auch ein wichtiges Thema. DNS-Record ist ein ganz wesentliches. Die VM wird im Regelfall On-Premise eine andere IP haben, als sie dann in der Cloud bekommt. Das hat zwei Gründe. Erstens, weil ich ja zwei Netze schaffen muss, zwischen denen ich routen kann. Das heißt, ich kann dasselbe Netz gar nicht auf beiden Seiten parallel benutzen. Oder wenn ich das tun würde, würde ich mir massive Routing-Probleme einfangen. Ich werde also sehr wahrscheinlich in Azure ein neues Netz definieren müssen. Und das zweite ist, die Adressvergabe in der Cloud erfolgt zunächst dynamisch. Ich kann da zwar eingreifen, ich kann da entsprechend reingehen und kann sagen, ich hätte das gerne umgeschaltet auf statisch und kann da auch eine konkrete Adresse mitgeben, aber erstmal ist das dynamisch. Und das heißt also, ich werde zwangsläufig meine DNS-Einträge ändern müssen. Das kann entweder sein, dass die Maschinen das automatisch tun, weil sie AD-integriertes DNS benutzen und sich dann entsprechend die Adresse, die sie da bekommen haben, an den DNS-Server melden. Kann aber auch sein, ich muss es von Hand tun. Wer sich mit diesem Thema Netzwerk nochmal ein bisschen genauer auseinandersetzen will, ich habe jetzt gar nicht so lange her, vielleicht eine Woche, ist auf YouTube zu finden, ein Video gemacht zum Thema Azure Networking Basics. Da kann man sich da auch nochmal so ein bisschen Ideen dazu holen. Ja und als letzter Step muss man abschließend die VM-On-Premise ja auch noch entfernen. Die wird zwar runtergefahren bei der Migration, aber sie ist halt eben immer noch da und die belegt weiterhin Speicherplatz und Co. Und dann ist natürlich noch zu sagen, es ist nicht mit Lift und Shift alleine getan, es ist durchaus eine Überlegung wert, dass man sich VMs umwandelt in Paar-Services, beispielsweise aus einem ehemaligen Datenbank-Server, eben eine Azure SQL-Datenbank macht. Das sollte man dann entsprechend auch planen, da macht es auch durchaus Sinn, frühzeitig zu planen und gar nicht erst zu migrieren, sondern eben gleich von vornherein den Umbau vorzunehmen. Auch ganz wichtig, wenn ich jetzt noch keine Governance habe, dann muss ich sie spätestens jetzt angehen und ich sollte die Maschine nach der Migration auch gründlich beobachten, gerade was die Auslastung der Ressourcen angeht, weil es wie gesagt häufig so ist, dass die eh zu groß ausgelegt sind und dann macht man eben unnötig oder trägt man unnötig Kosten, die man dann eben durch entsprechendes Downsizing auch reduzieren kann. Das soll es mal von mir an Input gewesen sein. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Wenn die bisher noch nicht gestellt sind, dann wie gesagt gerne über diese Fragenbox und mein werter Kollege wird mir die dann entsprechend vorlesen. Wenn es im Nachgang noch irgendwelche Fragen gibt, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, nur vielleicht der kleine Hinweis, ich bin ab morgen für anderthalb Monate in der Elternzeit, erwarten Sie also bitte keine Antwort, bin weniger Stunden oder Tage, das wird im Regelfall nicht funktionieren, aber Sie kriegen auf jeden Fall eine Antwort von mir. Und ansonsten sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und würde mich freuen, wenn Sie einfach beim nächsten Software-One-Webinar wieder mit dabei sind. Vielen Dank und bis dahin, auf Wiedersehen.